Bühne frei für digitales Satelliten-TV in Top-Qualität. Der HD-SAT-Receiver DSR395U Mini bringt Ihnen digitale TV, HDTV und Radioprogramme ins Haus. Dank HDMI und SCAD-Anschluss lässt sich der ultrakompakte Receiver an alten und neuen TV-Geräten nutzen. Komfort wird hier groß geschrieben. Dank vorprogrammierter Senderliste können Sie gleich nach dem Anschließen des Receivers Sendungen empfangen. Übersichtliche Menüs und die elektronische Programmübersicht führen Sie blitzschnell zum gewünschten Programm. Die USB-Schnittstelle macht den TV-Winzling zum echten Allround-Talent. Von externer Festplatte oder USB-Stick spielen Sie so ganz unkompliziert Ihre eigenen Bilder, Musikstücke und Videos ab. Zudem können Sie Ihre Lieblingssendungen komfortabel auf den USB-Speicher aufnehmen. Auf Wunsch direkt aus dem laufenden Programm. Gesteuert wird der kleine HD-Receiver bequem über die Fernbedienung. Mit dem Hightech-Sat-Receiver sind Sie bestens für die Zukunft mit digitalem TV- und Radioempfang gerüstet. Am besten gleich bestellen und loslegen. Viel Spaß damit!